Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Duve Dead Level und Hearthstone und ihr seid dabei. Der Kurator hat uns kaputt gemacht, aber wir werden uns rächen. Wir werden uns definitiv rächen. Er hat ein bisschen Glück gehabt voriges Mal, jetzt haben wir das Glück und dann packen wir das Locker. Hm, das ist schon mal gut. Gute Kommen. Kurator bereit zur Menagerieverwaltung. Tja, das war so ein Schlag, der nichtig war halt, ne? Hm, das ist ganz gut. Damit komme ich klar. Braucht ihr Feuer? Ich kiene der Kabane! Könnte eine schnelle Runde werden, Leute. Es könnte tatsächlich eine schnelle Runde werden, aber man darf den nie unterschätzen. Weil er natürlich ein paar gute Karten hat. Wir haben eigentlich noch einen mit Verteidigung. Ich würde eigentlich lieber den spielen. Ich würde gerne sagen, ob er das ist. Ich würde gerne sagen, ob er das ist. Es ist an der Zeit. Der Kurator ist allergisch gegen Wildtiere. Mir starrt! Der Kurator hat eine Fehlfunktion. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er sämtliche Exponate freilässt. Ich sag ja, ne schnelle Runde wird's ja. Ja. Eine schnelle Runde. Gute Karten gezogen. Dadurch konnten wir ihn sehr, sehr schnell besiegen. Oh ja. Er ist wie neu. Und wir waren dabei, ihn zu erneuern. War eine sehr schnelle Runde, aber trotzdem schön, dass ihr dabei wart. Der Kampf geht weiter. Und wir wollen natürlich nach ganz, ganz oben. Wir wollen nach ganz oben zur Turmspitze. Und da natürlich weitermachen an der Stelle. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir da oben um alles kämpfen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020